Zack Verdammt, dass noch keiner war, war mir nicht klar Aber dieses Unsichtbarsein ist schon echt praktisch So, halt die Waffe Und dann, wo war das? Aber der Mann hat noch nie was vom Vertrieb verstanden Da hat er schon diese wunderbaren kleinen Mädchen Und er zeigt sie nicht Ich habe mir gerade das neue Design der Plasmidautomaten angesehen Sie sind genau so geworden, wie ich sie mir vorgestellt habe Ich sage es ganz deutlich Wenn sie gut präsentiert werden Sind diese Little Sisters Gold wert Ganz ehrlich, was für ein Arsch, Mann Das sind noch kleine Mädchen Und was er denen angetan hat, ist echt unverzeihlich Schöne Kamera Ich sehe sie nur nicht Ich weiß auch gar nicht, ob sie hier in diesem Raum ist Das ist der perfekte Ort für einen Mülleimer Und für ganz viel Geld Ah, das Geld ist voll Das Geld ist voll Das Geld ist voll Klingelieche Kommt noch nicht plötzlich aus dem Nichts Das Brustige Spritze Brauche ich aber ehrlich gesagt gerade gar nicht So, hier ist alles zerstört. Warum? Was war hier? So, ich bin unsichtbar. Ich war gerade ziemlich froh. Ich weiß nicht, wo die Splicer her wollen. Ich weiß es einfach nicht. Da ist die Kamera. Sorry, ich nehme kurz einen Autohack. Ausnahmsweise mal. Ach, verdammt. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo der Autohack von eben war. Ach, war der nicht auf der anderen Seite? Egal, ganz ehrlich. Egal, egal, egal. Wo sind die Pferomone? Ich meine, ist das die letzte Tür? Der ist nicht mehr. Ach ja, das Geld ist voll. Ich muss mich in Ruhe. Ich bin schon fast ein Big Daddy. Habt Angst vor mir. Okay, vielleicht muss ich jetzt in dieses andere Kinder-Paradis, wie es aussieht. So. Aber ich könnte nochmal kurz hier rein. Und hiervon brauche ich einfach mal gar nichts. Da muss ich jetzt hin. Little Wonders. Ähm, 110. Brauche ich aber alles eigentlich nicht. Ich spare das noch. Jetzt die Frage ist, gehe ich unten oder oben rein? Ich gehe natürlich oben rein, weil wir gerade oben sind. Ja. Wir haben die Kleinen von Anfang an auf bestimmte Duftstoffe geprägt. Auf die Pheromone. Aber man kann sich das nicht einfach drauf datschen, wie auf der Schiff. Man benötigt drei Durchgänge einer professionellen Beschichtung. Dann wirkst du so anziehend auf die Kleinen wie Nektar auf Bienen. Hier musst du dir die drei Pheromone zusammensuchen, damit du hinterher so widerlich stinkst wie ein Big Daddy. Juhu, wir dürfen stinken. Stinken wie ein Big Daddy. Was soll das? Ich weiß nicht, ob sie schon fertig war, aber du wirst das jetzt nochmal. Ich weiß, warum es Kinder sein müssen, aber das ist nur Mädchen. Das kann ich nicht begreifen. Auch wenn ich weiß, dass es so ist. Fontaine sagt, so braucht man im Waisenhaus nur eine Toilette. Es ist faszinierend zu beobachten, was das Adam mit ihren kleinen Körpern anstellt. Ihre eigenen Zellen werden durchweg durch neue Stämme ersetzt, sobald sie beschädigt werden. Diese Kinder sind praktisch unverwundbar. Es ist eine Schande, dass das nicht mit Erwachsenen funktioniert. Es gäbe sicher einen großen Markt für unverwundbare Männer. So, wir haben eins von drei. Ein Glück, dass ich jetzt nicht in deiner Nähe bin. Dieser Gestank. Warum die kleinen von dem Geruch der Pheromone angezogen werden, verstehe ich beim besten Willen nicht. Ah, zwei von drei. Jo, ja. Wolltest du mich auch nur auslassen? Ich schieße lieber ab und zu gerne auf Leichen, bevor sie vor mir aufstehen und sich plötzlich durchdrehen. Außer das. Hier können wir Alarm deaktivieren. Das ist gut zu wissen. Denn ich glaube, wir werden noch ein paar Mal Alarm auslösen. Okay. Ehrlich gesagt, ich gehe erstmal hier lang. Ich habe Angst, dass hier gleich irgendwas auftaucht. Die Tür geht nicht auf. Und natürlich mache ich jede Tür, die ich aufmachen kann, mache ich auch auf. Okay. Irgendwie. Okay, jetzt habe ich es ruiniert. Schöne Bild. Lauf! Okay, anscheinend können wir nicht jede Tür aufmachen. Warum kommt da so ein Licht unterm Bett? Achso. Das war also sozusagen das Lager der Dillen Sisters hier. Oh, die armen Mädchen. Boah. Okay, der Typ ist mir vollkommen egal. Aber die armen Mädchen hier. Das habe ich natürlich auch. Boah, hier unten schon? Also bei dem Laden hier meine ich. Nein, da gehe ich auch gleich erst rein. Denn ich habe hier noch Türen. Da ist ein Big Daddy. Der ist durchs Bett geflogen. Interessant. Big Daddy Phheromone. Oh, drei von drei. Ja, jetzt bist du ein Big Daddy. Bist du bereit? Dann geh jetzt zum Lüftungsschacht der Dillen Sisters bei den Proving Grounds. Rapser gehört jetzt mir. Und ich verfüge über das Adam. Du glaubst doch nicht immer, dass ich Angst vor deinem Blankanzug habe, oder? Ich habe Angst, diese Knöpfe zu drücken. Okay, hier habe ich angefangen. Was passiert, wenn ich diese Knöpfe drücke? Was ist passiert? Okay, den kann ich nicht drücken. Erstens, sie sind keine Dillen Sisters mehr. Und zweitens, lassen Sie doch mal in Ruhe. Habt ihr euch nicht schon genug zugesleicht? So, hier war doch irgendwo noch ein... Hier. So, das hätten wir jetzt auch noch kurz. Zack. Halt, was machst du denn? So. Kann ich eigentlich hier schon auf die Seite gehen? Ist ja auch egal eigentlich. So. Und jetzt noch den kleinen hier. Und dann war's das. Kamera mit uns. Eine Genbank, die wir nicht brauchen gerade. Und wir sind jetzt... Endlich ein Big Daddy. Wir sind zu einem Big Daddy geworden. Ja, gut. Gut. So, das heißt, wir kommen auch langsam zu Fontaine jetzt. Erstmal... Oh, Geisterscheinung. Wo? Ähm... Ach, ich hasse das. Das arme Mädchen. Aber Su Chong hat... ...seine Strafe bekommen. Oh, hier sind noch mehr Pheromone. Und das. Das haben wir auch schon. Das nehmen Sie auch mit. Was da Alarm ausgelöst wird, war irgendwie voll klar. Ich bleib hier. Na gut, das wär zu langweilig. Ich geh hin. Huh. Was war das gerade? Ich hab ihn noch eindeutig beim ersten Mal schon getroffen. Na gut. Vielleicht war es doch noch ein Geist. Wer noch umher wandelt. Na, Großer? Bin einer von euch. Okay. Brauche ich hier noch irgendwas? Nein. Das heißt, hier bin ich fertig. Ach, hier unten hab ich mich komplett umge... Ach, wie hochfühlt er mich hin? Ich muss mal die Treppen hoch oder nicht? Zeig ich doch. Hä? Hä? So, führt er mich in dieses... Hey, da liegt noch eine Waffe. Kann ich das kaputt schießen? Okay. Dann scheint mich ich durch die Tür. Keine Ahnung, wo der plötzlich herkam. Hä? Ich geh gleich einfach irgendwo anders lang, aber... Versuchen wir es mal... So wie er will. So. Hat funktioniert. Halt. Hier war sonst nichts, ne? Gut, ich hab den Schrank vergessen. Ich wollte gerade den Big Daddy angreifen, weil... Hier drin kann er mich ja nicht treffen, dachte ich, aber... Es ist ja kein... Es ist ein Rosie und... Der Rosie-Kaschel reicht den... Geld voll. ...den freien Wild oder ein glattfreier Mensch. Mülleimer. Ja, das Geld ist voll. So, wir sind wieder am Anfang. Kommen wir jetzt zu Fontaine? Oder nicht, ist die Frage. Du musst sie aus jedem Versteck locken. Dann werden sie dir die Tür öffnen. Los jetzt. Schlag mit der Rohrzange auf den Lüftungsschacht. Ja, nochmal schnell husten. Na, komm, Kleine. Und bitte, es ist mir sehr wichtig, dass du mit den Kleinen behutsam umgehst. Ach, meine kleinen Menschen. Ähm. Muss ich die jetzt etwa beschützen? Alter, das krieg ich nicht hin. So was bin ich überhaupt nicht gut. Ich hasse Beschützer-Missionen. Huch. Das ist aber keine normale Little Sister. Das ist schon eine geheilte. Soll das so sein? Ähm. Wann ich den hier dran drehen? Ach, nö. Ich hab sowas von keine Lust, eine Little Sister zu beschützen. Das ist anstrengend. Und um ehrlich zu sein, wollte ich eigentlich auch gleich eine Aufnahmepause machen. Aber ich will jetzt nicht mitten da aufhören, wo ich sie beschützen muss. Das will ich dann auch schon durchziehen. Äh. Ich hätte vorher eine Aufnahmepause machen sollen. Denn jetzt muss ich das auch noch bis zum Ende durchziehen. So, noch speichern und dann... Oh, ich hoffe echt, diese Mission dauert jetzt nicht so lang. Außerdem will ich gleich nochmal gucken, wie viele Little Sister es in diesem Level gleich gibt. Und ich hoffe wirklich, das dauert nicht lange, sie zu beschützen. Es gibt keine Little Sister in diesem Level, außer die, die ihr beschützen müssen. Gehen wir, Mr. Bubbles. Aber du musst ihr beschützer sein. Ich kann mich nicht mal umgucken, weil die einfach wegläuft. Gehen wir, Mr. Bubbles. Aber du erinnerst dich an das meiste ja sowieso nicht mehr. Ich habe dich als kleines Kitz in ein Zubon gesetzt. Komm, Mr. Bubbles. Ich will mich umgucken. Aber die läuft einfach weiter. Anstatt, dass die uns folgt, müssen wir ihr folgen. Ich bin soweit. Boah, cool. Schießt doch schon jemand. Ich will doch gucken, ob es hier doch noch... ...wenn es das da gibt. Ich hoffe, wir müssten sie nicht auch noch von anderen mit Daddys beschützen. Ja, du musst erst mal die Tür aufmachen, Mädel. Na toll, jetzt muss ich auch noch voller Husten. Ich bin soweit. Ja, ich bin soweit. Mit dieser Story über meine Frau und mein Kind, der habe ich dich reingelegt. Oh, was mein harme Beurer. Oh, mein kleines Baby Patrick. Gehen wir, Mr. Bubbles. Oh, jetzt kommen die ganzen Splicer hier. Ich weiß nicht, ob sie auch von hinten kommen. Komm schon. Ich will bloß reden. Gehen wir, Mr. Bubbles. Die verlieren aber schnell Leben. Die kann aber einen Schlag abbekommen. Guck mal, wie viel die verloren hat schon. Alter, was für ein schöner, gigantischer Fisch. Ich bin soweit. Jetzt muss sie sich auch noch beschützen. Ich weiß nicht, von wo die kommen. So hänge ich immer fest. Hölder. Entschuldigung. Ich will nicht unhöflich sein, aber wirklich eine passende Schützer-Mission. Ja, sieht traurig aus. Komm, gehen wir. Ich bin soweit. Du bist fertig? Oh, das hast du gut gemacht. Danke. Wegen brauchst du sie nicht so lange. Hast du ganz fein gemacht. Gehen wir, Mr. Bubbles. Ja, gehen wir weiter. Gut, sie hat bis jetzt einmal Schaden genommen. Das tut mir natürlich leid, aber ich kann nun mal auch nicht immer auf alles aufpassen. Gehen wir, Mr. Bubbles. Ich fahrt mich manchmal. Also oder ich fahrt mich manchmal. Ich finde es besser, wenn die echt nur von vorne kommen würden, nicht von hinten. Wir dürfen echt nicht von hinten kommen, jetzt hätte ich ein Problem. Ich hätte, ich brauch, ach ne, nicht noch mehr. Warum, wieso reden die, dass du da warst? Was? Was? Verdammt, jetzt hat sie schon wieder Schaden genommen. Jetzt habe ich langsam keine Munition mehr. Was mache ich jetzt? Du siehst, Adam, schön. Wenn wir weitergehen, mag ich dich, aber... Wo ist hier hin? Hä? Hier ist klar. Drennt ihr denn einfach ohne mich? Toll, jetzt hat sie schon fast die Hälfte verloren. Ja, wir gehen ja schon, wir gehen ja schon. Hallo, ich hänge fest. Hier unten war da noch ein Big Daddy. Alter, der ist doch unter eingestürzt. Die ganzen Items sind mir voll egal. Was schießt denn da noch? Ich sehe nichts. Egal, hier können wir uns sowieso nichts treffen. Mir tut es natürlich um die ganzen Items und die ganzen Sachen leid, aber vielleicht... ...können wir nochmal zurückgehen. Es wird bestimmt dann langweilig, wenn wir jetzt zurückgehen, aber... Komm, Mr. Bubbles! Nimm das! Scheiße! Komm zurück! Zieh auf! Komm mit so weit! Komm! 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 Das kannst du allen anderen schon vergessen! Meine Zeitverschmitte! Dieses Zeug ist der pure Wahnsinn! Ich kann mich nicht bewegen. Gehen wir, Mr. Bubbles! Alter, guck dir mal das Leben von der Kleinen an. Wie soll man die denn beschützen? Es tut mir furchtbar schleid, aber... Gehen wir, Mr. Bubbles! ...wann bin ich langsam. Die kann ich nicht beschützen. Halt deine Scheißkasse! Gehen, Mr. Bubbles! Schleid da! Laufen Sie weg! Aaaaaaah! Alter, das ist nicht mal... Nicht so einfach! Aaaaaah! Und jetzt? Ich muss also eine neue rufen. Letztendlich, ich säubert hier jetzt nicht mal was. Ich würde nicht so richtig sein, wenn ich den ganzen Items holen würde. Ich brauchte ehrlich gesagt einen Job. Ich brauchte auch eine Antipersonen-Munition. Bootform. Schlafen noch jemanden vor dem